ich bin der erste waage hier an steile stück runter vorne hängt also hier beginnt dann die große nervenkitzel ich denke das ist fast wie ein orgasmus genau so ist es und es wird sich heute auch noch viel erwarten wir haben noch eine ganz tolle show vielen vielen dank vielen dank und schönen abend macht das auch wirklich gut sagt hier die schnellen guten bilder die natürlich durch mag media alle gemacht wurden aber die sind wirklich gut muss ich auch sagen das macht voll ganz schön hungrig ich hab doch noch den geheimen plan ja 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 Die 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 D implantes Ich geh mal wieder! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.